ja hallo und herzlich willkommen zu Garten of Banban. Ja Garten wie Kindergarten, weil wir wohl in einem Kindergarten sind. Und da wird es wohl irgendwelche ganz schönen Figuren geben, die wir schon im Hintergrund hier sehen, die vielleicht nicht so ganz normal sind. Ich habe noch keine Ahnung was uns erwartet. Wir spielen jetzt einfach mal und schauen was passiert. Ich werde mich auf jeden Fall irgendwie erschrecken. Das weiß ich jetzt schon. Okay, Eltern die ihre Kinder suchen, für die ist Zeit relativ wichtig. Klick auf die Uhr, damit die Zeit vorwärts läuft. Was? Was ist das denn? Oh mein Gott. Hier lag gerade irgendwie ein Hammer. Jetzt ist die Tür hier auf. Da draußen sehen wir die Figur an der Wand. Die sieht jetzt irgendwie komisch aus. Was ist das hier überhaupt gerade? Jetzt ist Nacht. Ich weiß nicht, was wir gerade getan haben, wenn ich ehrlich bin. Oh mein Gott. Banbans Kindergarten. Cafeteria. Ja. Okay, man kann sich hier bewegen. Ja, ja. Pese to interact with objects. Okay, warte einen Moment. Ich möchte hier einmal kurz das noch ein bisschen runter machen. Mit Shift kann man sprinten. Okay. Interagieren. Geht nicht. Ich kann es nur umrennen. Bin ich hier, um mein Kind abzuholen oder was? Oh, ich habe jetzt irgendeine blaue Karte gesammelt. Warum auch immer. Damit komme ich wohl da drüben rein. Jumbo Joss sagt, es ist ein bisschen Obst und Gemüse, äh, Gemüse und Obst, um stark zu werden. Wie ich. Guck mal, hier ist die Cafeteria. Stinger Flynn sagt, viele Arme zu haben, ähm, erlaubt mir vielen Menschen zu helfen. Du hilfst also Menschen. So, so. Können wir hier irgendwas tun? Nein, können wir nicht. Mann sieht das hier alles komisch schon wieder aus. So, ähm, nehmen wir die Karte und gehen da drüben rein? Oder gehen wir in die Creativity Arena? Ich würde sagen, wir gucken erstmal hier rein. Oh mein Gott, ist das laut. Was ist das denn? Eine Drohne? Okay, die, okay, es ist eine Farmbedienung Und die benötigt zwei Batterien. Wir können hier erstmal nichts weiter machen, so wie es aussieht. Deswegen Klicken wir wohl auf den großen roten Knopf. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Gang? Und was flackert da hinten? Hallo? Muss ich da was dagegen werfen oder was? Hä? Was muss ich, was muss ich tun? Was sind das überhaupt für uralte Computer? Guck mal, da ist auch noch ein Knopf. Ah, ich kann nicht draufdrücken. Ich habe doch gesagt, E für interagieren, ne? Hoppla. Selbst, selbst der Menüpunkt macht mir Angst. E Interact, Sprint, Jump, Teleport Drohne, was? Okay. Ach so. Vielleicht brauchen wir die Drohne, um die Knöpfe anzuschalten. Das klingt logisch, ne? Aber dazu brauchen wir erstmal Batterien. Ich kann hier nichts tun. Was ist das? Ähm, an Mami. Ich verstecke mich in einem Raum, aber ich muss die Monster bekämpfen. Es ist die einzige Möglichkeit, wie Claire mich mögen kann. Ich, Monster und Claire. Okay. Es gibt hier also ein Monster. Das ist ja schön zu wissen. Aber woher kriege ich jetzt Batterien, ist die Frage. Ich brauche jetzt irgendwie Batterien. Und nur dann kann ich wahrscheinlich die Knöpfe hier drücken und nur dann komme ich weiter. Das ist ein Schreibtisch. Da gibt es doch bestimmt irgendwo Batterien, oder? Nö. Ja, seit wann liegen die denn da? Eine Batterie. Da hinten ist die zweite Batterie. So. Ach was. Drück die linke Maustaste, um deinen Knopf zu benutzen. Los, drück den Knopf. Drück die rechte Maustaste, um dein Spielzeug zum nächsten Raum zu teleportieren. Okay. Ne, ne, du sollst... Drück doch mal hier drauf. Ja, ja. Das ist ja schön jetzt hier. Drück bitte auf diesen Knopf, Drohne. Okay. Es passiert gar nichts, oder was? Dann drück mal halt mal den Knopf. Du sollst den Knopf drücken. Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh, 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 oh. Hallo. Ich kann hier nicht reinlaufen. Drohne, geh vor. Los, Drohne. Bist du dumm? Geht's hier vor? Los. Ich will da. Ich will nicht. Los. weiter. Lock das Ding raus. Warum kann ich hier nicht rein? Das Ende ist hier. Naughty Corner. Wir gehen erstmal hier rein. Hier sieht's freundlicher aus. Das Ende ist nah. Banban sagt. Sharing is caring. Deine, deine, was ist Pankreas? Das ist irgendein Organ. Deine Pankreas ist mein. Das Spielzeug kann nicht in brechbare Sachen reingelockt werden, wie zum Beispiel gelbes Glas. Okay, das heißt, wir müssen Tröhnchen erstmal hier reinholen. Tröhnchen ist nicht sehr klug. Jetzt gehst du bitte hier hin. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Das ist irgendein Wandschrank, wa? Tröhnchen, komm hierher. Freifuß. Komm schon. Wir haben's gleich. Du könntest auch einfach ein wenig höher fliegen. So. Jetzt gehst du hier hoch. Hoch. Captain Vittles sagt Uga Buga, Buga Uga. Und jetzt benutzt du diesen Knopf. Ich dachte, er kann nicht dadurch. Los. Drück das Knöpfchen. Mann. Ups. Ich hab Angst vor dem Raum, der gegenüber liegt, muss ich sagen. Da ist dieses Viech drin. Hä? Sollst du den Knopf drücken? Der ist noch nicht aktiviert, oder? Ich glaube, ich kann da noch nichts machen. Wollt. Das heißt, wir müssen hier wohl wieder raus. Okay. 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 Bann Balena sagt, Nettigkeit ist umsonst. Also verteil es überall. Okay. Hier kann ich überall noch nicht hin. Das heißt, ich muss zuerst hier rein. Brauche ich hier mein Tröhnchen auch, ist die Frage. Oh, warte mal. Okay. Das kann ich noch nicht benutzen. Hoppla. Das wollte ich nicht. Egal. Was haben wir denn hier drin? Opila Bird mischen. Opila Bird ist sehr hungrig. Gib ihm sechs Eier, um deinen Preis zu bekommen. Das heißt, ich muss jetzt hier Eier suchen, oder was? Drohne, komm mal hier her. Aber was für Eier. Guck mal, da hinten ist ein Knopf. Ah, guck mal. Ich glaube, da hinten liegt ein Ei. Aber ich will erst gucken, ob meine Drohne was tun kann. Die Antwort darauf scheint Nein zu sein. Knopf. Geht ja überhaupt nicht hier. Eins. Da ist das Zweite. Nimm. Zwei. Da hinten liegt auch eins. Ich will aber erst hier gucken. Kommen wir da durch? Nein. Hier liegt auch keins. Ach, hier. Drei. Jetzt passiert gleich irgendwas ganz Schlimmes. Vier. Wir brauchen noch zwei Stück. Habe ich nicht schon alles abgesucht hier? Unangenehm. Ich will hier nicht sein. Haben wir draußen noch irgendwo Eier? Also ich glaube, hier habe ich keine gesehen, ne? Hier vielleicht irgendwo. Dass sie jetzt hier gekommen sind. Hierfür müssen wir irgendeinen Strom anschalten, um hier reinzukommen wahrscheinlich. Hier ist jetzt auch keins. Das muss da drin sein. In das andere Gebiet kommen wir ja noch nicht, glaube ich. Habe ich es übersehen, habt ihr es schon gesehen? Guck mal, da kann man was klicken. Jetzt habe ich es erst gesehen. Warte, unten. Was ist jetzt passiert? Gar nichts. Hä? Das Structiv-Tool ist needed to remove the Planks. Eins. Zwei. Drei. Vier. Was habe ich jetzt mit dem Knopfdruck gemacht? Habe ich den Button? Ich habe den Button aktiviert. Ach was. Fünf. Ist der andere Button jetzt da drüben auch an? Nö. Woher kriege ich dann das Letzte? Dieses Grün. Kann ich da nochmal drauf drücken? Nö. Hä? Wo ist das Letzte? Also. Kann ich nochmal drauf drücken? Nö. Bin ich blind? Bin ich blind? Oh. Oh nein, nein, nein. Nicht dahin drohen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und jetzt? Ach was. Ich habe die gelbe Karte bekommen. Ich verstecke mich mal hier. Ich hinter mir ist auf. Ablenkung auf eins. Okay. Mit dem Hammer kann ich jetzt bestimmt die Bretter da drüben kaputt machen. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich werde da rüber gehen und das Ding wird mich anspringen. Ich weiß es genau. Ich weiß es genau. Lass mich in Ruhe, Vogel. Was passiert hier? Drücke Space, um zu springen. Was sind denn das für Abdrücke da drüben? Emergency Stop. Opilia Bird sagt, lachen ist die beste Medizin. Also lache. Was zum Fick ist das? What was my color? Ach du Scheiße, das habe ich mir doch nicht gemerkt. Was ist das? Hier überhaupt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was ist das denn? Hä? Ach, ach. Da ist auch ein Knopf, aber der ist noch nicht aktiviert. Und hier liegt ein Nachricht. Ich bin alleine. Ich will mit dem Loch Vogel spielen, aber jeder hat mich verlassen. Jeder macht Party ohne mich. Miss Mason sieht mich, aber geht. Ich habe Angst, weil das Loch laut ist und meine Freunde schreien, aber der Vogel ist lustig. What was my color? Ich habe hier einfach nur Knöpfe. Warte, bevor ich drücke, ich will erst nachdenken. Was passiert, wenn ich hier drücke? Ah, okay. Du bist so? Ich weiß doch gar nicht, wer das alles ist. War der nicht irgendwie lila? Blau? Ja, also. Ach Gott. Grün. Warte mal, der mit den Hörnern ist rot. Die ist weiß. Ja, ich gucke das gerade mal an. Wir können jetzt auch zurücklaufen, aber nee, lass mal. Die ist weiß. Das kleine Viech ist so lila. Also das hier. Und der hier ist orange. Was ist das jetzt? Warum fährt das Ding weg? Oh mein Gott! Ja. Ja. Oh. Oh. Bambi. Bambi. Gebeg. Bitte. Gebeg. Nein. 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 Lass mich! Ah! Oh, Alter. Tee. Was für Tee? Hä? Oh mein Gott. Brücke E, um wiederbelebt zu werden. Alter. Ja, ich fühl mich gerade auch tot. Nein, 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 nein. Ich kann da nicht hin. Was muss ich machen? Ah! Das muss ich sofort tun. Oh mein Gott, Alter. Ey, was soll ich machen? Tee, ah? Tee, ah? Ja, trü, 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 trü. Was trü? Was soll ich denn machen? Ich kann diesen Knopf nicht drücken. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ich kann hier immer noch was drücken, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Tee, hä? Äh? Jetzt geht doch Knopf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Okay! Äh, ich glaube... Ah, ich muss dann... Trie, 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 trill, trill. Ich habe keine Ahnung. Naja, komm, wiederbeleben. Oh mein Gott, Alter. Ich muss, glaube ich, dann da drüben einen Knopf drücken oder sowas. Weil ich konnte da jetzt gerade nicht weiterlaufen. Hallo! Netter Vogel. Ganz lieber Vogel. Ganz lieber Vogel. Schnell, Trünchen. Trünchen! Es hat nicht funktioniert! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. BAM! In deine Fresse, Junge! Komm! Stürm! Komm mit mir, Junge! Ich habe dich platt gemacht, Alter! BUM! Der kann hier bestimmt wieder hochlaufen. Ich sollte schnell gehen. Oh! Alter Falter! Kommt, nächster Raum. Was? Was habe ich für eine Karte gekriegt? Die hier. Hallo? Ich mag ihren Kindergarten nicht. Ich würde mein Kind gerne abmelden. Boardingpass. Ein Flug. Uthmann Adam von Montreal nach Madrid. Gate B13. Boardingtime 3.23 Uhr. Present at Check-In. Ich frage mich, was das für ein... Moment. Moment. Congratulations! Du hast just made it to the Jumbo Josh Lounge. Warte mal. Kann ich euch das zeigen? Guck mal. Können wir das? Es ist sehr schwierig. Es ist eine Seite. Hier. Ruden sich Jumbo Josh und seine Brüder aus. Uneingeladene Gäste werden üblicherweise zermatscht. Aber du scheinst eine Menge Mühe da reingesteckt haben, diesen Platz zu erreichen. Deswegen kannst du so lang bleiben, wie du willst. Mach etwas relaxing Musik drauf. Und... Bekomme ein paar Freunde. Das ist ja schön. Ich frage mich nur, was ich jetzt mit diesem... Also, was mir das jetzt bringen soll, hier. Das kann ich nicht anklicken. Der Knopf ist noch nicht aktiviert. Den Fernseher kann ich auch nicht anmachen. Muss ich vielleicht den Knopf ganz draußen jetzt nochmal drücken. Weil hierfür habe ich ja noch keine Karte. Ich wüsste nicht, was ich gerade sonst machen soll. Oder haben wir vielleicht den Strom jetzt eingeschaltet? Nee, ist auch noch zu, ne? Flieg da mal gegen. Ich wüsste gerade einfach gehen. Sag mal. Drohne. Stell dich nicht so an hier. Hä? Okay, das hat scheinbar nichts gebracht. Hä? Was ist meine Mission? Hey, guck mal. Da liegt was. Okay. Was steht hier? For you. Das klang aber nicht so freundlich. Und nun? Ist jetzt irgendwas mit Kindern passiert hier, oder was? Hä? Oh, ich möchte das nicht mehr. Warum? Mann, kann ich nicht irgendwie was anderes spielen, ey? Ist hier noch irgendwas zu tun? Ich glaube nicht. Äh, wir gucken doch mal nach da hinten. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ach was. Und was habe ich jetzt gemacht? Ist der Knopf jetzt aktiviert? Sieht nicht so aus, oder? Hallo? Fliegt er jetzt dagegen? Und jetzt? Kann ich jetzt das drücken, oder was? Ja. Was ist das denn? Was ist das denn? Da kommt doch gleich irgendwas hoch, was mich jagt? Mach diesen Stuhl hier weg! Der liegt im Weg. Ah! Okay. Das ist bestimmt in irgendeiner Form normal für einen Kindergarten. Oh mein Gott. Was soll schon passieren? Ich könnte jetzt lieber Glätschens oder sowas spielen. Ich könnte jetzt lieber Glätschens oder sowas spielen. Was ist das denn? Oh mein Gott! Hallo? Oh. Hallo? Oh. Also das, ich, das klang nicht so, als ist das was, was man überlebt, wenn ich ehrlich bin. Was? Das war's schon! Oh mein Gott, zum Glück ist das rum. Oh mein Gott. Vielen Dank fürs Spielen. Wishlist Sequel. Der zweite Teil, der kommt in einer Woche. Oh mein Gott, zum Glück ist das rum. Es ist vorbei. Okay, also wir sind jetzt abgestürzt. Im Sequel geht's vielleicht hier weiter oder so? Oder wir kommen nochmal rein und versuchen herauszufinden, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Passiert hier noch irgendwas? Ich glaub nicht. Weg. Okay. Puh! Also, die Stimmung, die war schon nicht schlecht. Es war ein sehr kurzes Spiel, aber ich fand's sehr cool. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Guck gerne bei meinen anderen Videos vorbei, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Und dieser ganze andere Kram mit Followt mir und so weiter und so fort wäre ganz nett. Ich hab auch einen Discord, wo immer noch niemand drauf ist. Fast niemand. Da könnt ihr ja mal vorbeischauen. Ansonsten freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.